So, da sind wir wieder bei Harry Potter. Ich habe die Mausgeschwindigkeit reduziert. Und jetzt gucken wir, wie unser Seinschnabel jetzt darauf reagiert. Hallo Harry, willst du wieder auf den Hippogreif reiten, was? Dir werde ich helfen. Nein, überhaupt nicht, Harry. Ich reite bald auf dir, kannst du mich aber für bekommnen. Ah. Ja. So. So. sehr gut sein schnabel genau so alles klar alles klar so jetzt rede ich wieder mit euch jetzt wo wir es geschafft haben also jetzt wo wir die Punktzahl überschritten haben super hat sofort was gebracht und man darf sich nicht so viel aufregen aber das habe ich beim Zocken schon immer gehabt da könnte eine Menge Leute bei mir aus dem Umfeld fragen wenn ich wirklich mal irgendwas dann raste ich aus so innerlich richtig und dann ja beim Let's Plane kommt es halt noch viel besser rüber naja egal ich bin halt noch ein bisschen krank und deswegen naja wer ist nicht krank im Inneren ja egal haben wir einen jetzt halt übersehen genau so alles klar ja so ist es gut da 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 haben wir etwas übersehen aber es ist mir egal alles klar so nein scheiße so fickt euch können wir knicken genau so kann ich euch jetzt schon sagen können wir knicken wir haben viel zu viel ausgelassen sehr gut sein Schnabel ja können wir knicken können wir knicken ja können wir knicken super da fickt euch ich habe keine Lust mehr da ist doch das ist doch Verarsche ihr habt es doch jetzt gerade gesehen der backt sich dann da irgendwo fest und dann ist Sense so ein Pech Harry versuch es nochmal dir scheiß ich in Briefkasten du Arschloch nochmal wir haben es wenigstens geschafft danach ist ja nur noch dieses Monsterbuch der Monster und das ist eigentlich relativ einfach einfach nur wieder wie bei den Wichteln ja komm es fängt schon wieder genauso geil an wie es aufgehört hat wir haben jetzt schon glaube ich wieder verkackt sehr gut sein Schnabel ach man da wir haben wir haben das jetzt schon ey das ist doch nicht wahr ne komm nochmal neu der riecht mich so auf gerade ach Freunde Freunde Harry Potter Harry Potter was machst du nun mit uns sehr gut sein Schnabel alles klar so so langsam sehr gut sein Schnabel ja das den können wir jetzt vergessen genau so genau ja sagste der fliegt durch all die Dinger nicht hier durch ja so ist es gut ich quäle mich hier durch ehrlich genau sehr gut sein Schnabel sehr gut sein Schnabel alles klar ich glaube wir können es auch wieder knicken ja so ist es gut ja können wir knicken jetzt packt der hier sich wieder fest ich glaube das nicht ich glaube das hier ehrlich nicht versuch es nochmal ich glaube das hier ernsthaft nicht was mache ich denn jetzt komm einmal versuchen wir es noch viel Glück Harry ja schon wieder verkackt schon wieder verkackt ich könnte so austicken gerade meine Maus ist zu gut für das Spiel würde ich bald schon sagen das Teil hier ist für eine 0815 Maus programmiert aber ich habe nur mal keine zwei Tasten Maus wie damals sehr gut sein Schnabel nein 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 wir haben verkackt Freunde ich kann es euch jetzt schon prophezeien diese paar kreise die wir jetzt schon nicht gekriegt haben komm 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 ja super ja sagst du die kriegen wir jetzt alle nicht ja so ist es gut ey das ist doch echt so ne schon wieder verkackt das ist ne jetzt können wir es echt verkackt jetzt können wir es auf jeden Fall knicken Freunde nein nochmal neu meine Fresse halt die Klappe ey ich könnte nein überhaupt nicht wie kommst du denn darauf ja komm den ersten kannst du sowieso knicken alles klar ja 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 es ist kacke fickt euch ehrlich sehr gut sein, Schnabel meine Güte nein, nein sehr gut sein, Schnabel ja, so ist's gut verkackt ne Freunde, das haben wir wieder schön in Sand gesetzt noch mal neu ich könnte kotzen ehrlich hallo Harry, willst du wieder auf den Hippogreif reiten, was? wenn es keine Umstände macht nein, überhaupt nicht, Harry ach Freunde ne, ich wollte gerade gucken, ob ich mit der ne, das kannst du ja ganz knicken ich versuche gerade mit der Leertaste das zu machen mal gucken, ob das klappt ne, können wir schon das können wir ja ganz knicken, Freunde ne, kannst du ja ganz knicken, ey Freunde, ich mach hier einen Cut wir sehen uns im nächsten Part, der vielleicht hoffentlich lustiger wird tschüss